Also ich, ähm, ich dachte schon noch mal eine Nacht noch, also jetzt mal, noch mal nach New York zu gehen halt. Hast du mich in New York betrogen? Moment, jetzt mal ganz mal vorne. Es ist so, es ist so, dass ich dort diesen Film machen kann. Und dass ich einfach mich in New York wahnsinnig wohl gefühlt habe und, ich weiß nicht, ich brauche das irgendwie jetzt noch mal. Es tut mir total leid, Thomas, es ist einfach, mir wird das gerade erst so klar. Es ist ja, es ist scheiße von mir, ich weiß, ich kann nicht nach München jetzt gehen, da passiert nix. Da hat, vor der Karriere her, hat da nix passiert, ist da nix passiert in den letzten zwei Jahren. Weil du einfach nur schlechte Schauspielerin bist. Du hörst mir überhaupt nicht zu. Doch, ich höre dir zu. Du erzählst nur zu wenig. Du hörst mir überhaupt nicht zu. 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 Untertitelung des ZDF, 2020